Und bei mir im Studio ist jetzt der Politikwissenschaftler Prof. Stefan Fröhlich von der Uni Erlang. Erstmal schönen guten Tag, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, lassen Sie uns jetzt über diesen Deal sprechen. Gestern war da von einem guten Deal die Rede, auf den Juncker und Trump sich da geeinigt haben. Was bedeutet das aber jetzt für diejenigen, die an diesem Deal gar nicht direkt beteiligt waren? Werden wir uns zum Beispiel anschauen, woher Europa vorher seine Sojabohnen, wenn wir jetzt einmal kurz bei dieser Sojabohne bleiben, bezogen hat, aus Brasilien zum Beispiel. Was bedeutet das für solche Länder? Ja gut, also für solche Länder ist das natürlich zunächst einmal eine unerfreuliche Nachricht. Das ist völlig klar. So zeigt sich einmal mehr, wie in solchen Welthandelsfragen eben die Märkte verflochten sind. Für Amerika war es relativ klar und eindeutig das Ziel, eben einen Ersatz zu finden. Europa kann das nicht leisten, soll das leisten. Was China eben nicht mehr als Abnehmer nicht mehr zur Verfügung steht, da soll Europa quasi übernehmen. Das hat Auswirkungen für uns wiederum oder für die Brasilianer. Aber es hat ja nicht nur eine Komponente, eine Außendimension oder eine Komponente für unsere Partnerländer, sondern auch innerhalb der Europäischen Union. Das viel größere Problem, denke ich, dass andere regulieren die Märkte schon in irgendeiner Form. Aber das größere Problem liegt innerhalb der Europäischen Union, weil wir ja mit Blick auf die Agrarmärkte eine ganz besondere Situation haben. Zwar eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union, andererseits nur mit Mandaten, etwas, sagen wir mal, kompliziertes Politikfeld, nur mit Mandat der Mitgliedstaaten. Und wir haben ja auch schon gehört, dass es Vorbehalte gibt. Vorbehalte sind schon angemeldet worden in Frankreich, in Spanien. Und das ist eigentlich das viel größere Problem, die viel größere Hürde. Wenn wir nicht mit einer Stimme sprechen, wenn die Franzosen und die Spanier und auch wir eventuell sagen würden, Nein, und die Agrarmärkte sind das mit am höchsten geschützte Politikbereich, das Politikfeld in der Europäischen Union, trotz der ausschließlichen Kompetenz der Kommission, dann wird das Ganze ohnehin nicht zustande kommen. Wir haben jetzt gerade schon den neuen spanischen Regierungschef Sanchez gehört, der, wie Sie es ja auch gesagt haben, Vorbehalte hat, gerade mit Blick auf die Landwirtschaft. Wenn jetzt die Verhandlungen, die ja jetzt eigentlich erst richtig beginnen oder erst jetzt losgehen werden müssen, was ist denn dann aus Sicht der EU besonders wichtig, wenn es jetzt wirklich um einen tatsächlichen Deal, um die Details geht? Also für uns ist zunächst mal ungeheuer wichtig, ich meine, das war natürlich gestern eigentlich ein großer Triumph für Herrn Juncker, für den Kommissionspräsidenten. Es war schon einzigartig, dass er eingeladen worden ist, dass er im Weißen Haus war und mit Trump diesen Deal ausgehandelt hat. Aber wenn er jetzt am Ende des Tages im Regen gelassen wird, sozusagen, dann hat die Europäische Union natürlich einmal mehr ein massives Imageproblem, das ist ganz klar. Und ich denke, das Entscheidende ist jetzt, werden die Mitgliedstaaten dem auch nur annähernd folgen? Und da habe ich meine größten Bedenken, gerade mit Blick auf die Agrarpolitik, das ist eines der heikelsten Felder. Und Trump will hier ganz speziell und ganz konkret auf diesem Feld einen unmittelbaren Erfolg haben, auch gegenüber seiner Wählerschaft. Und wenn wir da nicht mit einer Stimme sprechen werden und wenn wir da nichts anbieten können, dann denke ich, kann sich das Ganze so sofort auch wieder verflüchtigen. Und mit Tebar, da möchte ich nochmal anknüpfen, es wird ja eh immer gesagt, dass seine Politik immer sehr kurzsichtig ist und kurzfristig. Es geht um kurzfristige Erfolge. Er hat ja auch Festivalen im Blick, die ja im November sind. Sie haben gerade gesagt, EU-Kommissionspräsident Juncker war da sehr erfolgreich, wurde gestern auch schon gesagt, ein historischer Deal. War er aber vielleicht einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil eben bald diese Wahlen sind und Trump so politisch unter Druck steht? Mit Sicherheit. Ich meine, das ist, man möchte fast schon sagen, also ich fand gerade die Reaktion von Sanchez und eben auch besonders von Herrn Macron, von dem man sagt, er ist im Moment sozusagen die Führungsfigur in Europa. Er hat die Vision, er will Europa voranbringen, ja fast schon vergleichsweise zögerlich. Ich hätte fast gesagt, kleingeistig, indem man sagt, zunächst einmal wieder erst, sagt, die Bedenken anmeldet, anstatt was er eigentlich entgegen seiner Natur erstmal nach vorne blicken. Wir brauchen überhaupt erst wieder der Gesprächsfahrt, muss aufgenommen werden. Und das halte ich für das größte Problem im Moment innerhalb der Europäischen Union. Wenn wir diese Hürde nicht überwinden, dann haben wir ein massives Problem. Und es ist völlig klar, Juncker hat den richtigen Augenblick erwischt. Denn wir merken im Moment den Unmut in Amerika. Es gibt erstmals Kritik aus dem republikanischen Lager gegen den Präsidenten. Und das ist das Einzige, was ihn bewegt. Ich habe vor vieler, vor langer Zeit schon gesagt, das Problem Trump löst sich nicht bei uns, löst sich weder in China noch Europa, es löst sich nur in Amerika selbst. Und wenn dort die Kritik kommt, dann haben wir einzig und allein eine Chance, dass der Präsident einlenkt. Aber noch eine kurze Einschätzung, wird er damit jetzt politisch Erfolg haben? Das ist, ich glaube, dass es im Grunde genommen vom Timing her, wir haben die Wahlen im November, nicht ausreichen wird. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das, was wir heute erleben haben, nur ein relativ kurzweiliger, kurzfristiger Pyrosieg ist. Es ist natürlich ein Erfolg zu sagen, wir steigen wieder in Verhandlungen ein. Und die Europäische Union hat gut daran getan, vielleicht runterzukommen, auch von ihrer Position. Das hat Juncker ja getan, dass er gesagt hat, erst mal wären alle Strafzölle wieder abgeschafft, bevor wir überhaupt verhandeln. Das tun wir jetzt, ohne dass es dazu gekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass das schon einen durchschlagenden Erfolg bringen wird. Also ich bin, muss ich sagen, eher skeptisch nach all dem, was wir in der letzten Zeit mit Trump erlebt haben. Wir werden es weiter beobachten. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Vielen Dank.